Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal Also vor dem gleichen oder heute haben wir das Gameplay aus NAI Vom Blackbeard Cup Fortnite Battle Royale Ich war in der Top 1% Klar Rang 300 Und wie jetzt bei Ihnen steht es Das beste Gameplay Aus den 10 Legends Die ich erspielt habe Und hier gleich möchte ich noch was dazu sagen Ja und hier seht ihr dann Auch wirklich ganz krassen Unterschied zwischen Europa Und NAI und hier wird es Ganz zum Schluss Richtig skirmish like und das interessante Ist wenn ihr dabei zuschaut Das sieht ein bisschen aus Als würde der Herr sofort dort Tontauben schießen machen Der rennt nur noch durch die Gegner durch Und tötet irgendwie alles was ihm in den Weg kommt Also es ist Es lohnt sich bis ans Ende zu schauen Es wird ein richtig krasses Finale geben Hier bei diesem Match Wollen wir jetzt wirklich besser auf Wir springen jetzt ins Match und dann anschauen Und dann Okay. Das war's. Was ist das? 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 Was ist das?